Alle paar Jahre gibt es in veganen Kreisen die Demeter-Diskussion, sprich eine Diskussion darüber, ob man Demeter unterstützen sollte und ob es überhaupt vegan ist. Kurz Zusammenfassung, ihr habt Demeter wahrscheinlich schon mal im Bioladen gesehen. Das ist ein Siegel bzw. ein Verband, der so ein Siegel herausgibt und die sogenannte biodynamische Landwirtschaft propagiert. Und das ist quasi, es wird verkauft, als es ist noch mehr Bio als Bio, also dass die Qualitätsstandards und die ökologischen Standards noch mal höher liegen als bei dem konventionellen Bio-Siegel. Das hört sich ja im ersten Augenblick erstmal gut an, aber da steckt auch eine Menge esoterischer Quatsch bei, wie zum Beispiel der Gebrauch von diesen Präparaten, also dass da zum Beispiel Kuhhörner mit Mist vollgestopft werden. Die werden dann im Boden vergraben für ein halbes Jahr. In der Zeit fängt das dann irgendwelche kosmischen Energien auf. Das kriegt man dann irgendwie im Frühjahr wieder aus und rührt den dann energetisch aufgeladenen Mist mit Wasser an und versprüht das dann wie eine romöopathische Lösung auf die Felder, was dann irgendwie das Fell verbessern soll. Das gleiche gibt es auch mit, ich glaube, einem Rinderschädel gefüllt mit irgendwie Eichen, irgendwas, Eichenlaub oder Eichenrinde. Kuhdarm mit Kamillenblüten gefüllt. Und was ihr da halt schon dran seht, ist, dass da irgendwie überall tierische Produkte drin stecken. Und das ist in Demeterhöfen auch Zwang, also aufgrund dieses Kreislaufgedankens, der hinter Demeter steckt, ist es zwingend notwendig, Tiere zu halten auf einem Demeterhof und dann eben auch diese tierischen Produkte zu benutzen, unter anderem für die Zubereitung von diesen Präparaten. Und was dann auch noch interessant ist, weil ja Rudolf Steiner, Anthroposophie, das steht der Homöopathie sehr nahe, aber dementsprechend werden auch Tiere unter anderem, wenn sie krank sind, eventuell homöopathisch behandelt, wo ich dann sagen würde, das geht gar nicht. So, jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, so, das ist alles Schwurbelei und ist eben nicht vegan, weil es diese Verpflichtung gibt, irgendwie Tierprodukte zu verwenden oder Tiere zu halten. Und dem würde ich in erster Linie auch recht geben. Also es ist Schwurbelei und das ist nicht cool, dass da Tiere gehalten werden. Aber, und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie was Positives zu Demeter sage, aber man muss sich ja auch mal so vor Augen führen, dass du, wenn du eine konventionelle Schlangengurke oder, keine Ahnung, was, einen Salatkopf kaufst, du auch im Endeffekt keine Ahnung hast, ob da irgendwie mit Gülle gedüngt worden ist, sprich, ob da nicht auch tierische Produkte verwendet worden sind oder Knochenmehl oder irgendwas anderes oder ob der Bauer dann nicht auch zum Teil Tiere hält oder sowas. Sprich, bei normalen Bioprodukten und bei konventioneller Landwirtschaft ist es im Wesentlichen so eine Black Box. Also du weißt da ja oft einfach nicht, was dahinter steckt und wie das überhaupt angebaut worden ist. Nur bei Demeter weißt du dann zu 100 Prozent, dass da irgendwo Tiere mit im Spiel sind und dass ja da halt irgendwie Geschwurbel mit diesen Kackhörnchen gemacht wird. Dementsprechend, ich finde es eine schwierige Abwägung, weil es ja auch wissenschaftliche Hinweise darauf gibt, dass Böden in Demeter-Landwirtschaft etwas gesünder sind als in Bio-Landwirtschaft. Das liegt jetzt nicht an diesen Präparaten, sondern es liegt eher daran, weil die noch andere Sachen machen, zum Beispiel mit Kompost und sowas, wodurch die Humusschicht etwas dicker wird, beziehungsweise etwas lebendiger wird. Letzten Endes würde ich sagen, dass es eine individuelle Abwägung ist, ob man Demeter jetzt als vegan ansieht oder nicht. Also ich finde es in erster Linie unfassbar bizarr und einfach esoterisch und das würde ich aus dem Grunde schon nicht unterstützen. Und ich habe lange Zeit auch bewusst keine Demeter-Sachen gekauft, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo es im Bio-Laden nur einen einzigen Seidentopo gab. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und der war dann halt Demeter-zertifiziert und dann habe ich ihn trotzdem gekauft. Also für mich bleibt es eine individuelle Abwägung, weil irgendwie bei aller Landwirtschaft Tierleid im Spiel ist und da könnte das Tierleid bei Demeter etwas geringer ausfallen, eventuell, weil die Standards für Tierhaltung einfach etwas höher liegen als bei normaler Bio-Landwirtschaft. Aber wie gesagt, dann hast du auch die Homöopathie damit im Spiel, wo ich dann sagen würde, wenn du Homöopathie magst, ja mach es an dir selber, aber bitte nicht an Tieren oder an Kindern, oh Gott. Wie seht ihr das? Ich hadere das sehr mit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Demeter per se kaufen würde, einfach weil ich es auch zu teuer finde. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt auch ein bisschen zu einfach, dass man dann einfach sagt, es ist per se nicht vegan, weil dann müsste man eigentlich viele Sachen per se nicht vegan finden. Und naja, Monokulturen oder hier irgendwie, weiß ich nicht, Sachen aus Spanien kaufen, wo illegal Brunnen gebaut werden, um irgendwie an Wasser zu kommen, ist jetzt auch nicht so unbedingt geil. Es ist halt, das ist so eine Abwägungssache, finde ich, so eine Grauzone im Veganismus. Ja, aber ich würde es per se selber nicht kaufen, sondern ich würde wahrscheinlich einfach normale Bio-Sachen kaufen. Oder am besten, ich lebe ja relativ, also relativ ländlich in den Niederlanden, wir haben überall Hofläden um uns rum, und da würde ich, glaube ich, direkt da kaufen, was wir auch machen, als dass ich dann im Supermarkt irgendwie mehr zahlen würde für Bio unbedingt. Ja, also wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde, es gibt da nicht unbedingt die eine klare Lösung für. Lasst es mich wissen, wie ihr das handhaben würdet und ob ihr schon mal Tofu gekauft habt, der irgendwie mit Kackhörnchen in Berührung war. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video.